Ich mache dieses Video nur, weil ich auf der Suche nach dieser Lösung keine einfachen Überblickspräsentationen gefunden habe, wie folgendes geht. Mit einer Nikon-Kamera und einem Android-Tablet in den Genuss von günstigem externen Monitoring zu kommen. Nicht nur für Canon-Kameras. Eigentlich eine super simple Angelegenheit. Man braucht nur eine Nikon-Kamera, ein Android-Tablet, ein OTG-Kabel und das USB-Kabel der jeweiligen Kamera. Sonst nichts. Da ich leider nur eine Kamera besitze, muss ich nun aufs iPhone umsteigen. Entschuldigung dafür. Nach dem Einschalten des Tablets startet man einfach die App DSLR Dashboard. Und schon öffnet sich die Kamera mit allen möglichen Einstellungsmöglichkeiten. Live-View wird dabei nur von Kameras unterstützt, die diese Funktion schon von sich aus anbieten. Sollte die App nicht funktionieren, könnte man folgende Dinge überprüfen. Ist die Kamera an? Klingt ziemlich blöd, aber ich arbeite im Kundendienst und diese Frage ist manchmal schon des Rätsels Lösung. SD-Karte eingesetzt. Manueller Modus gewählt. Und die Speicherauswahl am Tablet überprüft. Funktioniert der Anschluss, kann über das Tablet sehr viel kontrolliert werden. So können zum Beispiel Videos gestartet und beendet werden, der ISO verändert werden, Schärfeprüfung per Lupenfunktion und natürlich das Fotografieren. Was genau die App DSLR Dashboard alles so drauf hat, und sie hat wirklich eine ziemliche Menge drauf, kann man sich in anderen Videos relativ einfach erklären lassen oder man probiert es einfach aus.